Ui, ui, ui. Ich glaube, ich habe schon ein Fahrt angefangen. Ja, eindeutig. Wo rennst du hin? Wo rennst du hin, Alter? Ah ja. Ist wohl mein Glückstag heute. Mein Leben. Verdammt. Das habe ich gar nicht gesehen gerade. Oh, schlechter Anfang. Ich wollte nur gucken los. Ja. Ja, ich habe jetzt wieder Inventarblitze. Das ganze Pulver verschossen. Okay. Ich bin nicht in den Inventarblitze, sondern die Frozen. cool 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 wir sehen uns in einer minute oder so ok ok wir sind wieder zurück du wartest hier du wartest hier nein mann dann drück brauche ich jetzt nicht du wirst unterstützung falls sie zu nahe kommen ich kann es nicht apropos zu nahe kommen und wir haben den sensor und gleich kaputt machen ich möchte weiter was haben wir das teil mit schon nicht gut aus für mich ok habe ich wieder gebraucht das ist erst die aufhörerrunde meine mama soll wissen dass ich mein bestes gegeben ok braucht action und den kann man nicht vertrauen und den kann man nicht vertrauen wer soll ich schütten scheriko Das ist ein Wachroboter, Jericho. Wo ist er? Gehen wir zuerst nach oben. Oh doch, doch nicht. Heute sind Chaos, Turpentine und Blechdosen die gerade sind. Der versucht mich noch immer Trash zu talken. Das ist auch cool. Hört auf mich Trash zu talken. Von mir kann man sich nicht verstecken. Oh, da tut Panik. So, das ist kacke. Turpentine, perfekt. Für mehr Nuka-Granaten. Es hat mich kurz geschreckt, dass der Bildschirm gefrozen ist. Es hat kurz ausgeschaut, als wäre es das gewesen mit mir. Dann hat er nur zwei Stück Leben aufgezogen. Ah. Ist wohl mein Glückstag heute. Ich werde dich langsam wirklich böse. Ich werde dich nicht mehr aufschauen. Ich werde dich nicht mehr aufschauen. Ich werde dich nicht mehr aufschauen. Haube ich es sicher. Oh ja. Kaube war. was für eine ruine jetzt dreht es die augen weg krass weil das irgendwie so eingestützt ist dass das irgendwie ganz komisch ist auf den augen ich will da viel nuka granaten machen nuka granaten babies ok das recht auf den aufstehen 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 ja was in the way hmm was the blonde lincoln's repeater leader ja 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 Natürlich, der schwebt in der Luft der Dipp, der schwebt einfach in der Luft, wo sind meine Granaten. Hm, ich könnte den mit einer Kronkorkminen erwischen. Schau, 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 Einflussreichtung Nummer 10. Wer braucht schon Jericho, wenn man Kreativität hat und Kreatin, sehr viel Kreatin. Kreativität. 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 Ok. Kreativität. 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 Unmöglich. Ich kann nur den Schreibtischstopp. Was den Schreibtischstopp verdient. Was das noch so ein Typ ist, dass ich gleich das Siegesgewehr draussen. 32 Kaliber ist für nichts. Da war ich schon. Glaube ich. Das ist einfach mal nicht so wertvoll. Da macht das Lenken fast gleich guten Job. Oh yeah. Impulsgranaten. Ich komme fast zu spät. Fast zu spät. Ich habe gar keine Angst vor dem Jericho. So weit bin ich schon gekommen. Oh krass. Geht sie auch nach oben? Nein. Die Waffenkammer. Ich brauche einen Jericho. Ich brauche Jericho für die ganze Loot hier. So schnell bereut man es. Den kann ich gar nicht da mit reinnehmen. Ich nehme einfach mit was geht. Oh. 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 Der Schraub war alles drüber. Oh. 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 Alle. Oh. Wie viel. Oh. Oh, okay. Ok, schauen wir was sonst noch hier ist, Tür und Mr. Garzi ziemlich viele Roboter sogar, oh geil, weg für Impulsgranaten, lassen wir sie ein bisschen näher kommen Das sind mal Schaden A Klammern Bitte, 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 nein Mist, nur Wasser und Blutbarkeit Ich bin auch Spinde, die Schrottpatrone, ja die braucht man am WC Ok, so viele Hörner auch Mist Krass hier War das die gute Muni? Was wollte ich beim Film reparieren? Dreck Da waren drüben noch mehrere, muss ich fast welche mitnehmen jetzt Ah Vier Großaugenbot ist schon kaputt, der ist so schnell kaputt Der überlebt gar nichts, der Typ Haben wir genug Kampfe immer da zum Tragen Perfekt Ah Wenn man den nicht jetzt mal reparieren müsste Nach der Firing Range Hier wurde auf Roboter geschossen Sonst noch was hier drin Wird es doch was richtig cooles noch geben, oder? Ich dachte kurz, dass wir in Falle Ok Erste Hilfe Mehr Erste Hilfe Keine Haarklammern Hm Kommt schon, es wird nicht zu gehützig mit Haarklammern Die Haarklammern Die Haarklammern Die Haarklammern Die Bleirohre Die schon Schnauer weg zurück vielleicht hoffentlich Ich glaube fast Nein, mehr Roboter Wo ist Linkens? Deinen Ist Oh So Teil durch Ist ja nicht trotzdem. Achtung! Weglaufen ist zwecklos. Irgendwann schnappt die Falle zu. Tötet sie alle. Gott hat Verständnis dafür. Gut. Okay. Und den Anderen auch, ne? Kann man noch besser. Gibt's ja nicht. Das geht tief hinein in dieses Gebäude. Tief hinein. Pfeil. Ne. Weiß ich, was ich brauche aus den H-Klammern. Oh, die gibt's ja anscheinend nicht. Ah ja, Mummi. Impulsgranaten, ein bisschen zu spät, aber vielleicht kommen sie wieder in Handy. Vielleicht kommen sie wieder in Mister Handy. Ne, 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 ne. Ah. Okay, okay. Weiter, weiter, weiter. Öffnen Schreibtisch. Hm. Ich hack's lieber. Ja, ich nenne das Dürr aufknacken noch immer hacken. Die Dürr hacken. Ach, nur. Nein. Verdammt. Ah. Wirklich. Die erste Dürr, die ich wirklich manuell aufhecke. Und es hat sich null ausgezahlt. Ich hätte einfach die Stiegen rundherum nehmen können. Ah. Wirklich. Oh. Oh. Oh, Korkenmine. Nur Kronkorken. Okay, da ist ein bisschen Money. Powerfist. Kann ich wieder fisten gehen. Jetzt werden wieder Roboter gefistet. Schreibtisch. Nein. 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 Keine Haarklammer. Ich habe eine Haarklammer verschwendet. Die werde ich in drei Stunden Spielzeit erst wieder eine neue bekommen. Das hat sich nicht ausgezahlt. Krass, wie tief das hier rein geht. So einen fetten Endfight gibt. Angriff auf. Hier ist er. Der fetteste Endfight. Älter. Ja. Oh ja. Not richtig. Uh, das war ein paar kurze kritischer. Dann Kampfmünter. Die Taktiken. Der einzige Weg, wie ich die Sachen auf Level und weiter level. Hätte mir nicht gedacht, dass das so tief reingeht nach dem ersten zerfallenen Gebäudeteil. Ah ja. Sieg ist gewährende Granatenregen. Die Taktiken. 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 Und das hatte was für einen Effekt jetzt. Okay. Das leckt wieder extremst. Der Roboter lebt noch. Von dort bin ich gekommen. Ah ja, ich sehe es. Die Tür ist aufgemacht. Was ist denn in meinem Klamotten? Da. Nicht die besten Würfe. Hier machen wir noch fast gar nichts. Hm. Kommt nicht. Und wird Jericho noch dazu. Wo ist er denn? Entweder hinten oder? Jericho. War ich hier etwa noch nie. Probe. Okay, ich kenne mich nicht raus. Ich sehe noch gar nicht auf der Karte. Nein. Da kämpft da drinnen. Ich bin einmal aufgerärt. Ich bin einmal aufgerald. Sein Schwerpunkt in den Klamotten. Dann kann ich mich um mehr zu retten. Wenn es zu retten. Ich bin hier mit einem Klamotten. Glockenzen. Noch. Weg. Wir haben noch einen Notfallraketen geschossen. Ist der Weg hinaus da drin? Ach, so viel Rahmen. Oh. Oh, hier. Oh, hier. Unter zwei? Nein, oder? Da war schon nur einer. Hier geht's rauf. Eine Zelle haben wir hier. Wow. Ganz schlecht zum Schleifen. Vielleicht nicht schlafen. Noch ohne Schlafen hier. Und ein kleines Schnickerchen machen. Oh. Eindeutig verdient. Ja, okay. Vielleicht ist der Löt. Ich dachte, hier ist was legendäres drin. Ist der Lötchen. Ja, ja. bleiben wörter gehen interessant hier natürlich natürlich die überloot die überloot ist hier ach du was zum teufel wahrscheinlich nur keine h-klammern alles außer h-klammern das werden wir sogar platz reparieren ich habe ausgelootet dazu und schaue ich rauskomme mit inventar das bleiro hat mir den rest gegeben das ist ein markerlosen zustand ja eindeutig im schlechtesten zustand ever die gibt es auch hier mehr kampfhelme für mich und pulsgranaten natürlich Polizei knippen wertlos kampfmesser schon auch ziemlich wertlos hier aus hier sind das was nennen wir es mit wasser nur keine h-klammern okay okay Das ist zu viel, das ist zu viel, oh Gott, Groß-Augen-Bot-Helm kann ich fast runterwerfen. Farris mit. Das ist egal, nehmen wir lieber die Minen mit. Und die Kampfrüstung lassen wir hier, die macht zu viel Gewicht. Da geht es sich aus. Oh, kleine Waffen, perfekt so. Ist das Zugang nicht genehmigt? Was? So, wieder ein Spezialhebel? Wirkt mir nicht, dass ich hier außen rum betrunken gehen muss. Ah, verdammt. Okay. Mh, Mist. Noch was übersehen. Die Zugangsquote zum Beispiel. Okay. Wir sind voll gelootet. Ich schaue, ob ich ihn ausfinde. Das ist anscheinend das Schwierigste. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wer war's? Da habe ich Jericho ein bisschen. Also diese Tür vielleicht. Ah, ja. Das ist schon. Oink. Nuka Knatter. Nuka Soda. Nuka Kolo. Nuka Kolo. Okay. Okay. was soll der scheiß los geht's los geht's ich glaube es wird dann eine überraschung draußen auf mich warten radar überraschung in drei zwei drei das ist eine überraschung ok bevor ich jetzt den ort nicht finde ich friendships heights noch ein bisschen in diese richtung entlang diese richtung in diese richtung dorthin oder was doch diese richtung egal egal mysteriöse fremder wenn die finden treffe ich die frau nicht gibt sie nicht ich glaube ich schon mal getroffen das war alles ich werde sie so richtig ok der erste schuss wird mit dem siegesgewehr sein machen wir seine beine weg die und Und Fisto haben wir jetzt gehabt. Das machst du nicht, ne? Das machst du jetzt. Gar nichts. Jetzt ich zuge aus. Unglaublich. Da oben war noch was. Da unten ist eine Gefangene. Hopp, hat nur eine überlebt. Wenn man das Gaben-Halsband umlegen kann. Nein. Hopp, sie ist wieder geklitscht. Na? Ah, okay. Dann rennen. War die beste Entscheidung. Was gibt's hier drüben? Rote Rüben. Das stimmt bei mir nicht. Das Singen geht weiter. Das ist random Singen. Zwei Schläge und ein Schuss. Jagdgewehr? Nein. Holes Inventar habe ich. Das gibt's. Das schaut nicht nach einer U-Bahn-Station aus, die mich dorthin führt, wo ich hin will. Okay. Was bist du fettes? Ich werde jetzt gleich mal den Gould abholen. Vielleicht. Wenn es ich darf. Hört noch mal fetten Fabrik aus. Neues Germantown. Eine Autofabrik. Wie komme ich hier hoch? Ah, die tun mir das auch ein freundlicher, wie es ausschaut. Hier. Ja, Autofabrik. Das heißt wahrscheinlich Roboter. Ruhsloskühle in der. Cool, cool. Wieder was zum Random Looten. Promenade Norden West. Gesichts-Museum. Geschichts-Museum muss ich hin. Promenade Dukhov. Dukhov überstrahlte. Elefant-Blaser. Elefant-Blaser. Ich möchte hier einfach noch Torstein vielleicht. Ah, schon die nächste Folge. Das ist ja gerade fett, nicht? Late Night. Ich will lieber, ob mein dritter Gefährte bereit ist für Action. Für jede Menge Action. Jede Menge Action. Sie ist noch freundlich. Jericho kann ich mir nicht ganz mit reinnehmen. Sonst killt er alles. Unabsichtlich natürlich. Ich habe mir erst zwei Tage jetzt bestrechen lassen. Okay, hier warten. Ja, was geht? Wieder mal Reaction. Ups. Ja, du musst wieder warten. Wir werden gleich sehen, ob wir alle freundlich sind oder unfreundlich. Hallo, was ist denn los? Hallo, wie läuft's denn so? Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ich muss den Typen sagen, der Leiche hin. Das ist nicht umsonst abgesperrt. Das ist nicht umsonst abgesperrt. Ah, ich glaube, wir kriegen keinen Geron. Fressen, 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 fressen. Da ist der Schöcker. Okay. Was soll der Scheiß? Das sind wir. In der nächsten Folge. Märkchen. Märk. Märk. Ja. Märk.